Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Bandletail. Ich glaube, wir sind jetzt hier direkt vor Frankel, aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich habe vergessen, mein Inventar noch weiter zu vergrößern. Das wollten wir machen. Und das machen wir jetzt. Oh. Okay, das haben wir leider nicht. Da brauchen wir was. Was ist das? Ein Lappen? Ein Tuch? Das kriegen wir noch nicht hin, aber bestimmt bald. Genau, ansonsten müssen wir weiterhin die Quest machen, damit wir mehr Sachen lernen können. Und deswegen, hallo, Frankel. Hey, Frankel. Darf ich meinen guten Sammlerkumpel um einen Gefallen bitten? Ich hoffe wirklich, dass du was kaufst. Soll das geliefert werden oder kannst du das auch abholen? Weil wir ja nicht, du weißt schon, weil sonst in Opas Haus sprechen. Ich kann es abholen, klar. Alles klar. Verkauft. Ich brauche ein paar Materialien für einen Stricker-Rucksack. Es ist dein, wenn du genug Sterne hast. Ich muss erst mal mit Opa drüber reden, wie das mit den Sternen aussieht. Ich werde genau hier auf diese Sterne warten. Oh, wir können... Oh. Oh, was hat... Oh. Okay, okay, wir brauchen fünf Sterne für den Rucksackknopf. Glühwürmchenfalle. Glühwürmchenfutter. Oh, oh, oh. Können wir die Sachen verkaufen auch? Guck mal, das könnten wir ja theopraktisch für vier. Geht aber nicht, ne? Warte mal. Hm, okay, wir gehen zu Opa. Der ist ja Gott sei Dank direkt hier vorne. Schnee... Oh, da ist es aber hier so ein Glühwürmchen, oder? Könnte man die... Nee. Ist kein Glühwürmchen, vergess das. Opa. Opa, ich weiß, dass du immer noch wütend auf mich bist. Aber ich muss wirklich ein paar Sterne leihen. Nicht wütend, Motte. Nur enttäuscht. Hier sind ein paar Sterne. Danke, Opa. Ich brauche eigentlich mehr. Dann solltest du ein paar Yordle einladen und ihnen Essen geben. Du weißt schon, eine gute Gastgeberin sein, eine Imbissbude aufzustellen hat auch noch andere Vorteile, weißt du? Die Yordle werden dir nicht nur Sterne geben, sondern in Zukunft auch glücklicher und entspannter sein. Rede mal mit Windstock über die Essenszubereitung. Danke für deine Ratschläge. Yordle werden dir sagen, was sie wollen, wenn du ihnen Essen gibst. Achte nur darauf, dass du sie schnell fütterst. Sie sind ziemlich launig. Okay. Haben wir das? Oh, es wird langsam. Es wird langsam. Wie viele Sterne haben wir denn jetzt? Sehen wir das irgendwo? Haben wir irgendwo... Da, drei Stück. Okay. Drei Sternchen. So, also auf zu Windstock. Der ist wie das letzte Mal wahrscheinlich. Oh, er ist zu Hause bei sich. Okay. Da. Windstock, kannst du mir beibringen, wie man kocht? Was für eine nette Überraschung, dich hier zu sehen. Ich hoffe schon seit Ewigkeiten, dass du mich das fragst. Zuerst musst du Glühnane und Rüben von Rosalind holen. Ich schaue bei ihr vorbei. Okay. Hi. Hallo, Rosalind. Oh, hallo. Bekommt die alte Rosalind da etwa Besuch von Motte? Ja, ich hatte ein, zwei lebensveränderte Erfahrungen. Dürfte ich bitte ein paar Rüben haben? Natürlich. Mein Garten wird gerne gebraucht. Sei nicht so schüchtern. Schau vorbei. Die Beete sind stets einwandfrei. Und auch einen Samenstand habe ich für dich zur Hand. Auch bei diesem gilt der Brauch. Ich fülle ihn dir gerne auf. Danke, Rosalind. Okay. Her damit. Ich brauche die Fähigkeit natürliches Sammeln, um das zu benutzen. Okay. Das habe ich nicht. Offensichtlich. Oh nein. Es ist passiert. Es ist passiert. Egal. Wir können einen ausgeben dafür. Einfaches Kochen. Ich glaube, das müssen wir auch lernen. Backen. Und Backen lernen wir jetzt auch. Komm. Woher der Geiz? Oh, Glühwürmchenjagd. Wärmeleiter. Glühnahnenbacken. Upsala. Das war falsch. Technik. Wir können auch noch mal. Oder erst, wenn wir es brauchen. Ui, 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 ui. Ähm, egal. Wir können jetzt. Oh, wir können jetzt viel zu viele Sachen machen. Und wir können Rüben pflanzen. Sehr gut. Ähm, aber jetzt fehlt uns doch trotzdem noch was. Oder? Da. Da. Die können wir jetzt einfach nehmen. Oh, sehr gut. Die Glühnahnen. Jetzt weiß ich auch, was gemeint ist. Quasi Glühbananen. Okay. So, wenn wir schlafen, kriegen wir wieder zwei, zwei Erfahrungspunkte quasi. Ui, ui, ui. So, aber jetzt können wir kochen, ja? Was ist das denn hier? Das brauchen wir wahrscheinlich. Ui, 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 ui. Ähm, ich habe Essen dabei. Hör genau zu. Kochen ist eine unglaubliche Kunst. Und mit Rüben zu arbeiten, ist eine besonders heikle Prozedur. Zuerst schneidet man sie auf. Mhm. Und dann legt man sie auf einen Teller und isst sie. Mhm. Ähm. Hm. Das ist alles? So ziemlich, ja. Aber vergiss nicht, Fehler zu machen ist normal. Wenn etwas schief geht, verfüttere einfach alles an Verschli. Verschli? Die Kurzform von Verschlinger. Da drüben in der Ecke. Ah, ein Pflänzchen. Okay, schnippeln. Zum Kochen werden verschiedene Werkbänke genutzt. Jede von dir beim Kochen verwendete Zutat sollte auf dem Schnippeltisch vorbereitet werden. Interagiere mit dem Tisch und wähle das Gericht aus der Liste aus. Für Gerichte benötigst du nicht nur Essen, sondern auch Teller. Nimm das Essen in die Pfoten, sobald du es zerschnippelt hast. Du kannst es zudem auf den Esstisch legen und das Essen, um Emotionspunkte zu erhalten. Okay. Aber wir müssen ja erstmal... Wir haben zwei Teller und... Okay. Oh, wir kriegen 20 Emotionen durchs Essen. Boah. Erledigt. Wie wäre es mit gerösteten Rüben? Für ihre Zubereitung brauchst du einen Ofen. Und du darfst die Glühwürmchenbirne zum Anheizen des Ofens nicht vergessen. Aber glaub mir, das ist die Mühe wert. Rüben sind einfach köstlich, wenn sie gebacken sind. Wenn der Ofen heiß genug ist, legst du die Rüben rein und wartest, bis sie knusprig sind. Bin dabei. Essen kann gebacken werden. Heize den Ofen zunächst mit einer Glühwürmchenbirne an. Interagiere mit dem Wärmeleiter, wähle die Glühwürmchenbirnen aus der Liste und zünde den Ofen an. Der Wärmeleiter überträgt einer Hitze Aura an den Ofen. Dadurch wird er für eine Weile heiß, sodass du Zeit hast, ein Gericht zu backen. Nimm das Gericht und stelle es in den Ofen. Nach einiger Zeit ist das Gericht fertig und du kannst es servieren. Guten Appetit. Okay. Ach, das ist eine Truhe. Ach so, ja. Da müssen wir jetzt hin. Wieso? Ähm. Ist das jetzt kaputt? Ich weiß gerade... Ich bin verwirrt. Da! Nee. Wo muss ich denn jetzt... Ich hab's... Ich hab falsch gemacht, gell? Kann ich die Sachen in die Hand nehmen? Ähm. Ähm. Ist das jetzt schlecht geworden? Ich glaube, es ist schlecht geworden. Hä? Ja, es wird so schnell schlecht. Warte mal. Ich verstehe es gerade wieder nicht. Wieso verstehe ich gerade nicht, was ich tun muss? Wartet mal. Warte mal. Wieso hab ich... Hä? Kann ich mir das nochmal angucken? Oh, warte. Oder muss ich... Muss ich... Hab ich... Warte. Warte, 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 warte. Ach. Wir müssen das erst, ne? Ja. Jetzt ist das schon wieder schlecht geworden. Wir haben noch genug. Oh. Okay, wir haben es aber hinbekommen. Ist es fertig? Ist fertig. Erledigt. Wunderschön. Hinreißend. Eine reizende Rübe. Windstock, weinst du etwa? Was? Nein, nein. Das müssen die Rübendämpfe sein. Übrigens, was wirst du mit diesen Fähigkeiten anfangen? Oh, ich wollte in meinem Rucksack eine Imbissbude einrichten. Dann habe ich das Richtige für dich. Dieser Teppich wird hilfreich sein. Da kannst du deine Imbissbude draufstellen. Ganz einfach. Danke, Windstock. Oh, und Feshlee kannst du auch haben. Oh, nice. Her damit. Du willst ihn einfach loswerden, oder? Er ist schrecklich. Mit Windstock kochen. Ach, super cool. Okay. Das ist jetzt aber auch gleich... Ich habe keine Ahnung. Kann ich das auch wieder rausnehmen? Ähm. Ja, gut. Ich bin verwirrt von allem. Merkt man vielleicht. Merkt man vielleicht nur ein bisschen. Wo kriege ich eigentlich Teller her? Ach so, guck mal. Okay, okay, okay. Die können wir da. Glühwürmchenjagd. Das wird halt auch noch wichtig wahrscheinlich fürs Kochen. So, Glünanen. Das wird halt ein Ding Snacks. Wir machen mal das auch noch. Da warten wir erst mal, weil das alles ganz schön teuer ist. Und da müssen wir sowieso abwarten. Okay. 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 Wir gehen mal zu unserem... Zu unserem Rucksackhäuschen. Warte mal. Wir müssen ja Geld verdienen. Ich bin immer noch verunsichert, was ich tun muss. Kann ich nichts bei dir verkaufen? Ich muss das doch verkaufen können, oder? Es gibt aber nichts, was ich hier verkaufen kann. Wie verkaufe ich Dinge? Hilft mir jetzt gerade nicht. Hilft mir gerade gar nicht, Warnert. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wie wir alles hinbekommen. Ah. Okay. Interessant. So, Teppichplatzierung. Du kannst einen Teppich an deinem Rucksack anbringen und ihn dann aus- oder einrollen. Interagiere nach Anbringen des Teppichs mit dem Kügelchen am Ende seines Fadens, um den Teppich auszurollen. Interagiere erneut mit dem Kügelchen, um den Teppich wieder einzurollen. Teppich! So, ähm. Oh. Oh. Okay. Einfache Werkbank. Wärmeleiter. Teppich. Und dann können wir den hier machen. Oh. Und den können wir dann einfach, wenn wir ihn nicht mehr brauchen, wegpacken. Da hinten. Oh, das ist ja super cool. Was haben wir hier? Das können wir nicht verwenden. Okay. Und dann... Oh mein Gott. Ich verstehe Dinge. Ich verstehe Dinge. So langsam. Der Ofen. Ach, wir können den... Oh. Ähm. Wollen wir den... ...hier so hinpacken? Okay. Einen Schnippeltisch brauchen wir auch. Da brauchen wir... Müssen wir mal an die Werkbank gehen, ne? Haben wir nicht drinnen eine gehabt? Haben wir nicht drinnen eine gehabt? Oder warte. Hieß es nicht, wir können warte. Warte. Stopp, halt. Erstmal. Okay. Erstmal. Warte. Da. Das müssen wir können. Okay. Das müssen wir können. Sehr gut. Das wird schon alles. Wir lernen hier. Wir lernen hier. Okay. Wir können hier auch Truhen machen. Schrottwiederverwerter. Das war das, was wir brauchen. Genau. Wir brauchen zwei von den Holzdingern. Und einen so, wartet mal. Mhm. Und da brauchen wir aber so eine Spule, gell? Warte. Das kriegen wir auch noch hin. Hä? Oh, hier drinnen können wir die Sachen auch hinstellen. Oh, da brauchen wir drei. Also fünf. So. Und dann können wir die Spule... Hier drinnen... Oh. Oh. Ich liebe das gerade. So ein bisschen doll. Und dann machen wir hier einen Faden. Wie gut das funktioniert. Können wir hier Sachen... Wartet mal. Sich können wir nicht bewegen. Wir könnten das bewegen. Okay. Okay. Das Ding muss da stehen bleiben. Na gut. So, das ist jetzt aber fertig. Ah. Nehmen. Wo wollen wir es denn hinstellen? Hier drin? Wir können es wahrscheinlich dann auch rausstellen, oder? Wir stellen es jetzt einfach mal da hin. Weil eine einfache Werkbank haben wir hier ja. Und jetzt können wir... Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir brauchten. Und der macht es jetzt einfach von alleine. Oh, das ist ja süß. Das ist ja süß. So, lasst mal gucken. Den Werbeleiter, den brauchen wir, ne? Oder? Ich weiß doch auch nicht. Ähm, ne Truhe wollte ich bauen. Gell? Einen Schnippeltisch. Stimmt, einen Schnippeltisch habe ich gebraucht. Das war's. Ja, aber dann können wir das einfacher hier machen. So. Und dann haben wir zwei. Und können... Oh, das ist super. Wollen wir kurz... Wir können mal, äh, träumen. Nochmal die paar Punkte, die wir haben. Uns mal nehmen. Dann haben wir schon ein Holz. Und dann holen wir uns das zweite. Und können hier doch nochmal... Machen wir mal fünf. So. Und dann machen wir nämlich noch ein bisschen Holz, würde ich sagen. Das ist sehr süß. Die Animationen gefallen mir wirklich, wirklich gut. Und dann machen wir einfach mal fünf Holz. Schaut euch das an. Okay. Dann können wir jetzt den Schnippeltisch herstellen. Den können wir hier einfach... Wollen wir den hier hinpacken? Den stellen wir jetzt einfach mal da hin. Chefkochofen haben wir auch. So, das sind jetzt die Kochsachen. Eine Tour sind wir dabei. Werkbank haben wir drin stehen. Oder? Wir haben doch eine einfache Werkbank. Oder ist das eine andere? Das haben wir sonst alles gemacht. Das fehlt halt, ne? Da machen wir noch mal zwei Fäden. Das ist so cool. Ist das eine einfache Werkbank? Ja. Okay. Können wir da noch andere Sachen? Nö, ne? Nur die Sachen. Okay. So. Und da können wir dann das Leuten dann zum Essen geben? Wir brauchen diesen Wärmeleiter, richtig? Aber wo kriegen wir denn... Wartet. Da. Man... Mh. Das heißt, wir brauchen das auch. Und dann können wir das freischalten. Okay. Okay, okay. Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Vielleicht können wir jetzt in die Höhle. Wie wir hier uns alles selber beibringen. Ich finde es echt schön. Dass man mal nicht so ganz komplett an die Hand genommen wird, ne? Okay. Dann gehen wir jetzt mal in eine Höhle. Und zwar in die nasse Höhle, oder? Die war ja hier unten. Und gucken mal, ob wir da so ein Mineral finden. Und sammeln natürlich währenddessen auch noch ein bisschen was. Ich weiß, wenn wir Sachen wiederholt machen, dann ist das doof für uns. Aber ich will ja alles mitnehmen. So. Gibt es hier die Mineralien? Ach, guck mal. Da haben wir auch noch so einen Schrottfederverwerter. Und auch noch eine Werkbank. Was haben wir hier? Noch mehr Schrott. Sehr gut. Können wir hier die... Oh, ja. Oh, ja. Oh, mein Gott. Das ist ja super. Alles, alles mitnehmen. Oh. Alles mitnehmen. Wir haben schon sechs von den Kristallen. Sehr gut. So, was ist das? Nix. Ich gucke mich jetzt mal hier ein bisschen um. Oh. Das ist so interessant hier drin. Hier ist eine Truhe. Und da sind sehr wichtige Sachen drin. Nehmen wir uns natürlich mit. Was ist denn das? Das ist eine gute Frage. Wir werden es bestimmt noch herausfinden irgendwann. So, jetzt aber erstmal können wir hier noch... Oh. Entwirrer viel zweckwert... Okay, das haben wir noch nicht wahrscheinlich. Ach, wie schön. So, und jetzt schnell wieder zurück. Ich mag den Regenbogen. Aber die Bienchen sind auch super. Ich kann mich echt nicht entscheiden. Das ist richtig schrecklich. So, jetzt aber. Jetzt können wir... Den Wärmeleiter... Oh, wir brauchen einen Stein. Wieso haben wir keinen Stein? Wo kriegen wir denn jetzt ein Steinchen her? Hm. Ich weiß gar nicht, wo wir die Steine her hatten. Irgendwo wird es Steinchen geben. So, schauen wir mal hier. Da gibt es nur Garn. Wahrscheinlich auch bei Schrotthaufen, ne? Schätze ich. So, da haben wir ein Portal. Das wollen wir aber nicht benutzen. Oder? Das dürfen wir nicht. Oh, okay. Ja, ja. Ja, ja. Wir hatten aber noch irgendwo ein Örtchen. Wir müssen jetzt gucken, wo wir Steine herbekommen. Irgendwann weiß ich das alles. Irgendwann weiß ich das alles. Oh, guck, die Kätzchen. Da sind doch mehr diese... Oh, mein Gott. Man muss hier echt auf alles achten. Was ist das hier? Ach, guck mal. Das ist der Briefkasten. Okay. So, haben wir hier noch irgendetwas. Da war sonst nichts drin. Da können wir nicht ran, ne? An die Steine so. Die Glünanen sind immer noch nicht da. Wir können aber hier nochmal Rübchen sammeln. Oh, das sieht aber cool aus. Das ist quasi dann ein Ei. Honigfrucht, Wirbelkorn, Kalasa. Was ist das hier? Ach, da können wir... Ach, die sind kaputt. Okay. So, haben wir hier noch was zu holen? Oh, nein. Da geht's nicht weiter. Dann gehen wir nochmal. Aber ich glaube, hier war ja sonst auch nichts mehr. Wir hatten oben noch eine Höhle. Aber ich glaube, da würden wir eigentlich auch möglicherweise Stein rausbekommen. Technik, Saatbeet, Snacks, Aufzucht. Wahrscheinlich dann eher hier. Staublöffler, viel Werk... Okay, warte. Wiederverwerten. Wo kriegt man denn... Ah, nee. Schnappkiefer? Wie viele Werkzeuge gibt es? Wo ist dieses Entwirrer-Werkzeug? Das muss ja auch irgendwo sein. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es nicht. Ist mir egal. So, hier ist jetzt aber nichts mehr. Ich habe nichts übersehen. Wir können hier sonst nichts mehr mitnehmen. Dann gehen wir nochmal in die andere Höhle. Da war ja auch noch was. Ansonsten müsste ich warten, bis die wieder voll sind. Wahrscheinlich. Aber wir hatten ja noch eine Höhle, in die wir gehen konnten. Das machen wir jetzt auch direkt. Wir haben echt viel Ausdauer. Die lädt sich auch einigermaßen okay schnell wieder auf. So, war das hier? Das war hier. Oh, vielleicht... Nee, das ist auch nur Garn, richtig? Ja. Noch ein paar Blätter. So, dann gucken wir hier nochmal rein. Gab es hier noch was zum Aufsammeln zufällig? Ich vergesse doch alles. Oh, nee. Das sind auch nur Kristalle. Da war nichts mehr drin. Oh, da sind sie jetzt. No. Da haben sie sich... Da sind auch noch welche da hinten, ne? Die sind aber in einem Nest und die sitzen so in Steinen drin. Spannend. Aber sonst haben wir hier auch weiter nichts. Ja, im Notfall warte ich einfach, bis die anderen Sachen wieder da sind. Und da brauche ich auch ein Entwirrer-Werkzeug. Okay. Ja gut, dann würde ich aber sagen, dann machen wir hier Schluss. Ich warte eben schnell. Ich habe die Zeit. Ich warte schnell, bis der ganze Krams wieder da ist. Ich weiß nicht, ob ich sonst irgendwas übersehen habe, wo ich Stein herbekomme. Aber ja, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Tschüssi! Tschüssi!